Willkommen zu einem neuen Video, heute zeichnet man auf YouTube, da sind ein paar Kommentare, danke für die Kommentare. So, und zwar möchte ich euch mal, dafür möchte ich mal Danke sagen für die fast, also sagen wir 168 genau, aber wofür wir sind so ein paar Videos da befreit sind. Wenn ihr dann einmal ein Video haben wollt, wo ich das am Laptop mache, am PC, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, da könnt ihr noch mehr, da gibt es noch mehr Erweiterungen. Das sieht jetzt aus, 10.230 aufrufen, ja. Das ist eine Wiedergabezeit, eine Minute, jetzt haben wir ja die Stellung, 11.000, ok, es sind doch mehr als oben. So wird es ja, ich weiß noch, wie viele haben wir da ziehen lassen, ja. Aber nicht so geil, oder? Nein. Aber es kann sich noch ändern. Vor allem, weil... 66% Lunar, wo? Hm, Leute, Leute. Vor allem jetzt werden es immer mehr, letzte 7 Tage war es überhaupt extrem. Warum? Ich glaube, das war so seine Video. Aber ey, das sind ja auf YouTube, gehen wir da aufrufen. Ja, meine Herren, danke für alle, die das geguckt haben. Da sind noch ein paar Statistiken. Da habe ich jetzt keine Nachrichten. Okay, warum auch immer. Top-Länder könnten wir gucken. Österreich, Deutschland, Japan, Brasilien, Schweiz, Koalition, okay. Wir können noch meinen zweiten Kanal angucken. Ja, könnt ihr auch abchecken. Falls ihr so wollt, müsst ihr nicht. Da haben wir... Ja, ist okay. 2,28 Wiedergabezeiten in Minuten. Wo steht denn das da? Aufrufe in der Nachtzeit? 22.000, okay. Und dann können wir auch noch angucken. Und zwar drin sind die Erstellung. Wie waren es da? 6, okay. Ja, Nutzer ohne Abonnenten. Das sind aber auch in der Lände viele. Okay, da ist Schulextreme auf meinem Hauptkanal. Ah, Zweitkanal. Zweitkanal ist extremer. Stimmen die Daten? Ja, weiblich, okay. Und hier? Also man, echt egal in der Community. Das kann eigentlich nicht stimmen, glaube ich. Aber wenn es stimmt, klar. Sollte es sein. Top-Blender. Top-Blender. Da haben seit der Erstellung Deutschland, Österreich, Schweiz. Okay. Ich bin ein deutschsprachiger. Früher war ich ja auch in Japan. Und da habe ich... Okay. Wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich erweiterte Optionen. Also am Computer gibt es da mehr Sachen zum Gucken. Also am Handy. Falls ihr das sehen wollt. Dann schreibt mir das jetzt in die Kommentare unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.